Herzlich willkommen in der EU Academy. Mein Name ist Sabine Tofan und wir wollen uns im Strafrecht BT2 beim Falltraining heute einmal mit dem Vermögensbegriff beschäftigen. Und das tun wir anhand des Falles, der da heißt, das wertvolle Rauschgift. Das ist wie immer eine BGH-Entscheidung. Hier ist es ein Anfragebeschluss, denn der BGH hat, Zweite Senat, hat seinerzeit beabsichtigt, sich vom rein ökonomischen Vermögensbegriff zu verabschieden, jedenfalls im Bereich der Rauschgifte. Und da das nicht der ständigen Rechtsprechung des BGH entsprach, hat er bei den anderen Senaten angefragt, ob diese an ihrer Rechtsprechung festhalten möchten, was sie bejaht haben. Besonderheit hier war, dass der Zweite Senat nachfolgend bei Fällen ähnlicher Art, die zu ihm hochkamen und die er zu entscheiden hatte, wieder am ökonomischen Vermögensbegriff festgehalten hat, also damit sozusagen seine eigene Anfrage zurückgenommen hat. Deswegen bleibt es bei der bisherigen Rechtsprechung des BGH. Und welche das ist, wollen wir uns einmal anhand dieses Falles angucken. Also, wir haben einen drogenabhängigen Täter A, der sucht sich zwei Kumpel, nämlich B und C. Und die suchen nun wiederum den Dealer D zu Hause auf und fordern ihn, nachdem sie ihn mehrfach geschlagen haben und mit einem spitzen Gegenstand bedroht haben, man weiß nicht, ob es eine Schere oder ein Messer war, auf, ihn Heroin zu geben. Nachdem der D zunächst versichert, er habe kein Heroin und versucht, allerdings erfolglos zu fliehen, übergibt er ihnen dann später doch drei Plomben Heroin, nachdem er in der Zwischenzeit auch weiter geschlagen wurde. Mit diesen drei Plomben Heroin fliehen dann unsere drei Täter. Und jetzt stellt sich für dieses Video die Frage, wie haben diese drei Täter sich nach 253, 55, 50, Absatz 2, Nummer 1, 25, 2, also mittäterschaftlich strafbar gemacht. Schauen wir uns die Obersätze dazu einmal an. Vor dem ersten Examen wird Ihnen an der Uni meistens beigebracht, dass Sie in Fällen dieser Art mit dem Raub beginnen sollten. Ergo wäre der Obersatz, A, B und C könnten sich wegen schweren mittäterschaftlich begangenen Raubes gemäß dem Paragrafen 249, 250, 2, Nummer 1, 25, 2 strafbar gemacht haben, indem sie D schlugen, ihn mit einem spitzen Gegenstand bedrohten und dann mit drei Plomben Heroin die Wohnung verließen. Der BGH, der nach dem äußeren Tatbild abgrenzt, würde sich mit Raub an dieser Stelle gar nicht beschäftigen. Er würde sofort, entsprechend dem zweiten Obersatz, mit der räuberischen Erpressung einsteigen. Wenn Sie anhand Ihrer Gliederung bemerken, dass beide Auffassungen in dem Fall, den Sie zu beurteilen haben, zur räuberischen Erpressung kommen, dann sparen Sie sich die Mühe und prüfen Sie zuerst 249, steigen Sie sofort in den 253, 55 ein, denn letztlich ist die Rechtsnatur des 253, 55 streitig. Und dort ist streitig, ob wir eine Vermögensverfügung brauchen oder nicht und deswegen ist dort dieses Problem auch am besten darstellbar. Und das tun wir jetzt. Wir starten mit 253, 55, schauen uns an, wie der aufgebaut wird. Wir brauchen als Nötigungsmittel Gewalt oder Drohung. Dadurch muss beim Opfer ein Handeln, Dulden oder Unterlassen erfolgen. Durch diese Handlung des Opfers muss ein Vermögensschaden eintreten. Dann haben wir die subjektiven Voraussetzungen, die denen des Betruges entsprechen und dann kommt Rechtswidrigkeit und Schuld. Da wir es mit der räuberischen Erpressung zu tun haben, brauchen wir eine qualifizierte Gewalt bzw. eine qualifizierte Drohung gemäß § 255. Und natürlich ist bei dem abgenötigten Opferverhalten immer die Frage zu stellen, muss das eine Vermögensverfügung sein und wenn ja, ist es eventuell eine. Also, wir haben in diesem Video zwei Probleme. Einmal das Problem, was ist mit der Vermögensverfügung und darüber hinaus. Und deswegen machen wir es insbesondere. Was gehört eigentlich zum geschützten Vermögen? Die Nötigungsmittel hier sind in diesem Fall relativ einfach. Wir haben einmal Gewalt gegen eine Person, denn der D wird geschlagen. Das ist vis-compulsiver. Und wir haben durch das Vorhalten des spitzen Gegenstandes auch eine Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben. Das Handeln, Dulden, Unterlassen in diesem Fall besteht darin, dass das Opfer dem Täter oder vielmehr den Tätern, wir haben ja mehrere, diese drei Plomben Heroin übergibt. Wir haben also ein aktives Tun, was in einer Übergabe liegt. Deswegen eben fängt der BGH mit § 253, § 55 an. Und Sie müssten in der Klausur sich jetzt fragen, war dieses Verhalten des Opfers eine Vermögensverfügung? Vermögensverfügung § 263 ist jedes freiwillige Handeln, Dulden unterlassen, welches sich unmittelbar vermögensmindernd auswirkt und beim Sachbetrug mit Verfügungsbewusstsein vorgenommen wird. Jetzt ist das Problem im folgenden Fall ja so ein bisschen, dass die Freiwilligkeit problematisch ist in Anbetracht der Nötigungsmittel. Literatur verlangt gleichwohl eine Vermögensverfügung, weil sie innerhalb nach der inneren Willensrichtung abgrenzt, der BGH sagt, brauche ich nicht, ich nehme das äußere Erscheinungsbild. So, was ist jetzt also unter dieser Freiwilligkeit zu verstehen? Und da sagt die Literatur, die Vermögensverfügung liegt dann vor, ist also dann freiwillig, wenn das Opfer entweder seine Mitwirkung für notwendig hält, also eine Schlüsselstellung zur Sache hat, oder aber eine durchhaltbare Verhaltensalternative sieht. Durchhaltbare Verhaltensalternative wird hier nicht in Betracht kommen, denn das Opfer hat bereits versucht zu fliehen, das allerdings ohne Erfolg. Augenscheinlich scheinen aber die Täter nicht zu wissen, wo das Heroin ist. Sie brauchen also wohl die Mitwirkung des Opfers, denn sonst hätten sie es ja auch einfach nur fesseln können und selber suchen können, haben sie aber nicht gemacht. Das heißt, nach ihrer Vorstellung brauchen sie es wohl, nach der Vorstellung des Opfers brauchen sie wohl auch seine Mitwirkung. Und damit ist die Herausgabe dieser drei Plomben Heroin eine Vermögensverfügung. Sie brauchen also den Streit zwischen Literatur und BGH an dieser Stelle nicht zu entscheiden. Kommen wir damit zum Vermögensschaden. Der Vermögensschaden könnte hier darin liegen, dass das Opfer den Besitz am Heroin verloren hat. Das wäre allerdings nur dann ein Vermögensschaden, wenn das Heroin zum geschützten Vermögen gehörte. Und wie bei 263 auch, gibt es bei 253, 55 das Problem, was wird eigentlich umfasst. Es gibt zwei Auffassungen. Es gibt einmal den in der Literatur vertretenen juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff. Danach sind nur solche Wirtschaftsgüter geschützt, die insgesamt unter dem Schutz der Rechtsordnung stehen, also auch der Zivilrechtsordnung zum Beispiel. Hier ist der Besitz von Betäubungsmitteln nach dem Betäubungsmittelgesetz schon verboten, ist also damit nach dieser Auffassung nicht geschützt. Argumentiert wird insbesondere damit, dass man Wertungswidersprüche vermeiden soll. Was im Zivilrecht nicht schutzwürdig ist, soll auch im Strafrecht nicht schutzwürdig sein. Der BGH hat bislang und tut es eben immer noch den ökonomischen Vermögensbegriff vertreten, der auch in der Literatur teilweise vertreten wird. Und der ökonomische Vermögensbegriff, der unterscheidet nicht zwischen schutzwürdigem und nicht schutzwürdigem Vermögen, denn der ökonomische Vermögensbegriff sagt, es darf im Ganovenmilieu keinen rechtsfreien Raum geben. Deswegen interessiert mich das grundsätzlich nicht, ob das insgesamt von der Rechtsordnung geschützt wird. Er macht Ausnahmen, wenn es extrem wertungswidersprüchlich ist und unbillig vom Ergebnis her, aber grundsätzlich ist alles geschützt, was rechtlich vermögensrelevant ist. Was nicht rechtlich, sondern was wirtschaftlich vermögensrelevant ist. Pardon. So, der BGH unter anderem sagt, auch der fehlerhafte Besitz wird ja im Zivilrecht geschützt. Denken Sie an 8,59 BGB. Von daher kann er auch im Rahmen des 263 oder des 253, 555 geschützt werden. Und, wesentlich wichtiger im Verhältnis Raubräuberes Erpressung, wir brauchen einen Gleichlauf. Stellen Sie sich vor, die Täter hätten sich das Rauschgift weggenommen, hätten also das Opfer gefesselt, die Wohnung durchsucht, die Plomben gefunden und wären damit abgehauen. Dann lege ein Raub vor, denn nach herrschender Meinung ist Rauschgift eigentumsfähig. Das heißt, die drei Plomben Rauschgift waren für die Täter fremd. Sie haben sie weggenommen unter Anwendung eines Nötigungsmittels. Wird Ihnen das Ding jetzt, das Zeug jetzt allerdings übergeben, so wie in unserem Fall, dann würde nach dem juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff plötzlich die räuberische Erpressung zu verneinen sein. Weil hier kommt es plötzlich auf die Schutzbedürftigkeit an, bei 249 hingegen nicht. Und da sagt der BGH, das hängt ja letztlich von zufälligen Gegebenheiten ab, ob jemand die Sache übergeben bekommt oder ob er sich die Sache nimmt. Und um da einen Gleichlauf zwischen 249 und 253, 555 hinzubekommen, wird eben der ökonomische Vermögensbegriff vertreten, wie ich finde, sehr überzeugend. Wie immer in der Klausur ist es völlig irrelevant, ob Sie sich dem juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff anschließen oder dem ökonomischen Vermögensbegriff. Wichtig ist, dass Sie das sauber einleiten und dann gut argumentieren. Wenn wir also dem BGH folgten, dann läge ein Schaden vor. Die subjektiven Voraussetzungen sind ebenfalls gegeben. Der Täter hatte oder die Täter hatten Vorsatz. Sie hatten Bereicherungsabsicht. Die erstrebte Bereicherung war auch rechtswidrig. Und wir haben eine Stoffgleichheit. Übergabe des Heroins hat gleichzeitig zur Bereicherung geführt. Das Ganze geschah auch qualifiziert, denn Sie haben einen spitzen Gegenstand verwendet, Schere oder Messer. Dieser spitze Gegenstand müsste ein gefährliches Werkzeug sein. Bei 250 Absatz 2 Nummer 1 ist die Definition nicht problematisch im Gegensatz zu Absatz 1. Da ist ein gefährliches Werkzeug jeder Gegenstand, der nach der Beschaffenheit und seiner konkreten Verwendung im Einzelfall geeignet ist, erhebliche Verletzungen herbeizuführen. Nun ist diese konkrete Verwendung raubspezifisch zu bestimmen. Wird das Werkzeug im Rahmen einer Gewaltanwendung eingesetzt, dann ist es ähnlich wie bei 2.24. Wird es als Drohmittel eingesetzt, dann muss man eben schauen, was der Täter durch dieses Drohmittel angedroht hat. Hier eine Verletzung am Hals mittels eines spitzen Werkzeugs. Diese Verletzung wäre erheblich gewesen. Damit haben wir also ein gefährliches Werkzeug. Kommen wir damit zum Ergebnis. Wenn Sie dem ökonomischen Vermögensbegriff und damit dem BGH folgen wollen, dann haben A, B und C sich wegen schwerer mittäterschaftlich begangener räuberischer Erpressung gemäß 253, 55, 250 Absatz 2 Nummer 1, 25, 2 strafbar gemacht. Natürlich gibt es daneben noch andere Normen. Wir haben durch die Schläge eine gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung mit einem anderen Beteiligten. Wir haben eine Nötigung. Wir haben je nachdem, womit gedroht wurde, eventuell 2,41. Wir haben je nachdem, wie Sie in die Wohnung hineingelangt, sind 123. Und denken Sie in der Klausur auch immer an 2,39a. Das dürfte im Ergebnis hier ausscheiden wegen der stabilen, fehlenden, vielmehr stabilenden Bemächtigungslage. So viel zu diesem Fall. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen im Studium, bei der Examensvorbereitung und im Examen viel Erfolg und alles Gute.